hallo und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal ich bin albina und ich bin die letzten tagen so ein bisschen in thuring raus spieler ich habe das weib für mich endlich nicht entdeckt sondern es funktioniert ja ich hatte die rezeptur und jetzt hatte ich einige bilder geput und ich habe überall so ein bisschen farbreste ein bild habe ich geput dann dachte ich mir das sind schon farbreste aber die waren nicht die ganz und jetzt bei swipen nimmt man nimmt man immer für die kissen so die farbe ich nehme das von baumark das ist glanz latex aber da ich jetzt gesagt habe ich wollte die farbe nicht mehr einmischen ich wollte nur die alte verwenden hatte ich noch ein alter schätzchen das ist so ich hatte ein purik workshop und wir haben ein bisschen experimentiert und goya purikmittel ausprobiert und das war nicht so ganz für open cup war das nicht so ganz geeignet dann habe ich alle farben gesammelt und da ist unser nette grau entstanden und diese nette grau nehme ich jetzt als kissen und mal schauen sieht er da kommt noch auch noch ein paar klumpen die hole ich natürlich raus und dann habe ich mir gedacht okay ich mache jetzt nicht so ganz kissen und zwei sondern das bisschen anderes richtig ein experiment und wie man sieht die farbe die fließt schon fantastisch ich lasse das so ein bisschen fließen damit ich sehe wenn da so irgendwelche klumpen sind oder so dass sich die gleich wegfließen weil wer sieht das sind so ein bisschen fest das brauchen wir nicht im bild so ist auch etwas wie gesagt das ist nur die farben gesammelt von so hier kann ich das einfach bisschen an die seite damit es ist so so habe ich mein leinwand jetzt grundiert das ist jetzt wie gesagt keine kissen das ist so wissen wie bei open cup und dann was mache ich da drauf in diese war aber auch so ein bisschen silikon ich mache da drauf jetzt jetzt wo die farbe schon hier noch ein bisschen in die mitte das ist jetzt so das wird jetzt meine kissen ja die gleiche farbe und dann mache ich praktisch zwei bin drauf aber bis zum noch rechte moderne ab ich fange mit leuchtenden blau und ich würde die ganze farbe einfach wecken weil wie gesagt rest des rest und ich wollte das nicht fünfte bild aber liebe pur freunde ihr kennt das sicher ja manche werden werden lachen manche werden sagen jup passiert mir auch dann habe ich so schöne dunkelblaue tun würde ich da reinpacken und ich habe ein bisschen rest von gold das kommt jetzt auch rein und wie gesagt das ist jetzt pure experiment ich weiß nicht ob da was wird und nur so können wir erfahren ob es was wird oder nicht ich habe hier noch tröpfchen von metallgrau wie gesagt alle farben findet ihr dann in beschreibung das sind so restfarben von anderen thuring bilder hier habe ich sogar ein bisschen bronze und das ist wirklich auch nur ein kleines richtig kleines teil und damit das ganze heller wird ich mache erst mal hier in die mitte noch andere blau so dunkelblau lasse ich auch das ist noch wissen das bleibt so dass sie zwischen auge aus und dann nehme ich meinen zählen aktivator und packen drei bisschen mehr auch es bleibt auch noch bisschen würde ich in meinen nachhaltigen flächen dann doch rein kippen und aufbewahren da mit diesen zwei farben mache ich nicht weiter und jetzt nehme ich meine ich mache das jetzt mit härteren ich nehme meine besieken karten und ich ziehe das jetzt so wie es mir lustig ist halt und mal schauen was passiert ich sehe schon dass der silikon von unten funktioniert dann habe ich praktisch open cup schon und mal schauen wie das ganze reagiert leute reagiert auch karte abwaschen und dann schauen wir die augen gehen wir in die andere richtung einatmen ausatmen nicht vergessen ziehen 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 leute es gefällt mir wow also so wie das bis jetzt aussieht kann ich nur sagen liebe leute restfaden nicht wegschmeißen aber es ist noch nicht endergebnis jetzt rutsche ich aus nämlich noch eine saubere frosch folge schmiert schon und ich ziehe es weiter es ist wichtig bei zählen aktivator dass wir immer sauberes saubere seite haben wenn er mich jetzt fragt wieso würde sagen als künstlerin weil schmutz im bild entsteht ja alle gute dinge sind drei noch meine dritte aber bevor ich sie nehme ich wollte jetzt dieses muster dass das nicht komplett weg geht ich würde das hier so ein bisschen so reinziehen so ist schön so gefällt mir das so und vielleicht so und so beginnt der spaß und so ja später link das sieht so ein bisschen wie schmetterling aus welches reicht so aber 4 als zahl mag ich nicht ich ziehe noch hier so bisschen das raus durch hier ist noch viel weiß würde von diesen weiß weil das ist diese weiß dass es der zählen aktivator ich ziehe dass hier nämlich das ein bisschen so ausgerutscht aber mal schauen was passiert cool so und jetzt wie immer fange ich an das bild zu bewegen das lieber stehend leute heute kann ich euch nur sagen schmeißen sie eure farb nicht weg es lohnt sich experimentieren bisschen neues probieren und auch puring mittel von goe viele finden finden der gut ja es ist nur bei uns für open cup hat es leider nicht funktioniert ich würde noch weiter experimentieren und ja die richtige richtung rausfinden ich bin schon hartnäckig aber mindestens für untergrund als kissen ist das hervorragend ja diese anthrazit grau schaut mal dass das ist einfach kleine baby die lebt ich helfe das an die ecken müssen nach und ich denke hier würde ich das auch ein bisschen nach unten ziehen weil wir sieht an die seite öffnen sich auch wenn ich dann so drehen öffnen sich hier weitere zählen ich stelle das noch mehr nach unten was soll ich sagen der coolste ergebnis ist mit den restfarben das könnt ihr selber sehen so tollen kontrasten so tollen effekten also liebe leute es weit funktioniert auch auf dem kissen aus den restfarben und ich bin gespannt auf wie es trocken aussieht aber sonst das was ich jetzt hier sehe ich würde sagen schade dass ich zu wenig von diesem metallic grau farbe habe sonst würde ich richtig sofort ein großes bild daraus noch wissen und erkennt dass wenn man gist und wenn etwas läuft da kann man gar nichts aufhören aber ich denke für heute reicht und nicht vergessen immer schürze dabei zu haben wenn man in rausch ist könnte das passieren sonst wünsche ich euch einen fantastischen tag oder abend oder morgen je nachdem wann das video gesehen habe und wenn das nützlich war und es war spannend vielleicht für euch auch genauso für mich dann abonnieren sie meinen kanal folgen sie mich bei instagram und bei facebook und stellen sie mir fragen posten sie mir eure bilder ich bin gespannt auf eure restfarben bilder und bis zum nächsten mal so und auch